eine runde basiert okay ja das andere wäre direkt in der stadt drinnen wo du die dinge einsammeln muss ich glaube die strecke ist aber relativ klein ja ich glaube so hatte ich das auch irgendwie in erinnerung die habe ich schon mal gemacht let's head who let the dogs out hier startet ja schon vor mir das ist ja gemein schön der hat sich schon einer abgefasst das war knapp ich bin schon mal ich noch nicht aber hier so viel hier sind so viel auf dem ding von zwei in gequetscht worden das war ja fies woher sind die sind mit geschlafen wie die ich wollte der einzige auf die friske floh ist da ich bin über ja ich habe gesehen also ich hatte relativ viel glück ja ich habe das eine und das andere pferd was da war habe ich nur gestriffen mhm gott der ist wohl ein glaub ich letzter klein bisschen Da ist der Schnellzimmer mit dem Finger Das ist der Schnellzimmer Jetzt darf nichts schief gehen Wuhuuu! Wie geil ist das denn? Ja? Wuhuuu! Ja Ich probier doch Wuhuuu! 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 Ich glaub ich war noch nie erster Du hast gut gemacht Ja Aber ich hatte auch wirklich Glück Die sind immer um mich rum gefallen Abgesehen von dem ersten Mal wo sie mich eingequetscht haben Und in der letzten Kurve hab ich sie dann Wuhuuu! 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 Hatte aber auch ein bisschen Glück mit den Fässern Wuhuuu! Wuhuuu! So, mal schauen. Da bin ich. Sehr schön. Oh, Trophäe hat einen Überflieger. Ehrlich? Ja, tatsächlich eine Trophäe, die ich noch nicht hatte. Cool. Oh, da muss ich gleich mal gucken, weil ich habe eigentlich auch mal ins Gewand. Guck mal, ich bin hier ein bisschen unsichtbar, aber... Ich bin langweilig diesmal. Ja. Ja, ach. Na ja, was soll man da sagen? Das ist schon, ja. Cool. Das muss ich auch mal gucken, ich fand die...